Dann machen wir das so. Ah, da ist das Game ja schon. Das ist ja wild. Ich hab nicht wild gesagt, ich sag nur wild. Smash Football. Lol, es gibt Mario Smash Football nicht. Na, ich werd nicht so rumbrüllen. Es kann sein, dass ich rumbrille. Es kann passieren. Mit wem soll ich zocken? Zufallszahl zwischen 1 und 30. Okay, okay. Ich scrolle hoch und dann nehm ich die 26. Nachricht. 21, 24, 26. The Noob of Doom sagt, ich soll mit Yoshi spielen. Dem soll es so sein. Aber als Unterstützung nehme ich natürlich nur die Toads. Baba! Dann schauen wir mal. Achtung, watch out. Bäm, 1-0. Oh, das ist jetzt so wild. Merkt ihr, wie mein Puls wieder hochgeht? Ich kann bei diesem Game nicht entspannt bleiben. Ich kann keine Wurst nehmen. Boom, kurzes Eck. Was? Okay, ich bleib entspannt. Leute, nein, nein. Nein, ich bleib entspannt. Pass nach vorne. Pass rüber. Rumsra... Merkt ihr, wie ruhig... Ich kann bei diesem Game nicht ruhig bleiben. Ich kann's einfach nicht. Okay, wir bleiben jetzt ganz entspannt. Hoher, pass in die Mitte. Rums! Ich darf nicht da und auf meinen Stuhl hauen. Der hat übelst viel Geld gekostet. Ich hab 100 Euro Zoll für den rausgeballert. Lol, Luigi hat einfach den Kettenhund? Digga, willst du mich verarschen? Was hast du denn für einen... Okay. Oh nein. I am Dr. Hübi. I can cool tricks. Ey! Weg mit dir! So, gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Warum? Immer wieder schön, sich selber in die Deckenlampe springen zu hören. Das ist wirklich entspannt. Weg mit dir! Oh! Oh shit! Oh shit! Natürlich hält der. Alu Akbar. Nein! Nein! Wenn der drin ist, rass dich... Weg mit dem Ball. Nein! Digga, ich werd... Junge, wie viele items hast du? Ich bleib ganz ruhig. Ich bleib ganz ruhig. Was macht der Torwart? Er hält meine Flanke. Welcher Torwart hält meine... Das hat noch nie ein Torwart gemacht. Eine Flanke gehalten. Das ist so lächerlich. Okay. Wo ist... Das liegt aber auch nur dran, weil wir Marschmusik mit Weepmusik gemischt hören. Wer tut sowas? Das macht man nicht. Aber wir können immer noch gewinnen. Halt deine Fresse, Mikorga. Hör auf zu lachen. Man lacht bei sowas nicht. Es ist nicht lustig, wenn ich gewinne. Und es ist auch nicht lustig, wenn Weepmusik mit Marschmusik verbunden wird. Wenn du einen Joint rauchst und noch 4 Gramm Kokos mit reinpackst. So zündet das. Aber im negativen Sinn. Natürlich! Mach den jetzt rein! Natürlich! Jetzt! Einfach Zündung! Einfach Zündung! Kenn ich! Rums 2-0! 2-0! Rauf! Rauf! Nein! Du... Ja... Nein! Schau dich das an! Ich schau in die Mitte. Zack! Zurück! Rums rein! Ich kann bei sowas nicht ruhig bleiben. Und wenn jetzt jemand denkt, das wäre gespielt für Entertainment, der kann halt gleich mal seinen Mund halten. Wer das nicht versteht, hat in seinem Leben noch nie für was gebrannt. Rums! Rein! Es ist tot Lewandowski! Ich bin ruhig. Weg! Bombe! Ich schieße jetzt einmal. Weil er kriegt... Oh mein Gott! We did it! Danke für die GGs, Freunde. Ey, wenn hier jemand reinkommt, der denkt, ich bin total geistig zurückgeblieben. Das kannst du ja nicht streamen. Hier läuft die Weed-Musik und ich schreie rum, als ob ich eine Krankheit hätte. Okay. Achtung, ich schicke direkt Toad. Ich schicke direkt Toad. Toad 1-0! Toad? Hat gerade am Ball vorbeigetreten. Toddy! Okay, nochmal! Toddy! Nachschuss! 1-0! Der geht zu Daisy. Ja, wusste ich. Habe ich antizipiert, AMK. Antizipiert und AMK in einem Satz verwendet. Ich bin einfach Goethe. Weil ich gebe jetzt nämlich Yoshi den Ball, der macht einfach einen Superschuss. Watch out! Boom! Wie viel haben die vom Spiel gesippt? Alter, wir haben morgen ein Spiel. Alles klar. Drei Wodkaflaschen. Zip. Erstmal einen schönen Kuh bei Libre danach auch noch. Und zum Aufwärmen dann einfach nochmal ein Pina Colada. Und dann läuft es schon. Ja, die Mucki brauche ich. Marschiert meine Toad. Ins Kreuzeck. Und zack. Nein! Gönn dir Toad. Du hast hier einen Toad so verdient. Ein Tor, nicht ein Toad. Lol, den Toad hast du hier nicht verdient. Und Ratatata. Alter, wo ging der denn hin? Wir sind der Pokalsäger, meine lieben Freunde. Danke für die GGs, Freunde. So und nicht anders läuft das nämlich, meine lieben Freunde. So und nicht anders. Ehrenholger wäre stolz. Die Kong-Arena haben wir freigeschaltet. Rild. Rild. Habe ich das bei CO richtig gehört? Kommt am Donnerstag ins Stream mit ihm. Wo hast du das gehört, Josphäa? Wo hast du das gehört? Wo hast du das gehört, Meister? Zeo hat es gestern im Stream gesagt. Ja, da hat der Dude schon recht. Vermutlich werde ich am Donnerstag mit Zeo streamen. Ja, wir haben heute lange getalkt. War sehr, sehr cool. Ich freue mich extrem drauf. Ich wollte es aber eigentlich als Überraschung droppen. Und dann haut er es einfach raus. Wario. Baba, wir holen den Sieg. Sind immer Startler. Ich baller mehr als Osama. Sarah, Lara und Tamara. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere, ist wirklich extrem hoch. Nee, da ist nämlich schon das 1-0. Okay, ich will nicht komplett reinscheißen. Das ist mein Ziel. Und? Mario! Du dicker Schlendrian. Oh mein Gott, was war das für ein Schuss? Aua, mein Kreuz, ich bin alt. Ey, einer ist eingefroren und einer liegt bei Cooks auf dem Boden. Was habe ich für ein Team? Jetzt. Look at this. Nein! Junge, die Musik macht mich so aggressiv. Weg da! Schaut es euch an. Oh, real. Jetzt aber. Jetzt. Nein! Jetzt. Look at this. Schaut. Warum? Die Panzer. Ja, Nachschuss. Nein! Ja! Okay, 3-1. Alles gut. Wir holen das noch. Weg! Ja, genau. Schön. Schön, Knöchelbruch. Madame. Das ist lächerlich! Oh, fuck. Die Musik ist so unentspannt wie mein Spiel. Ja, alles explodiert. Genau! Ja, komm, noch mehr Items. Junge! Habe ich auf Ass gestellt oder habe ich auf Unmöglich gestellt? Okay. Aber das lag einfach dran, weil mein Team noch nicht inside war. Oh! Entspann dich. Ja. Ja! Es ist wichtig. Nein! Ja! Entspann dich. Nein! Was ist das Problem? Komm schon! Was nun? Was kann ich tun? Was nun? Was kann ich tun? Was wisst ihr schon davon? Wer hat ja vor dem Stream jetzt keinen Bock mehr hat? Das sind alles tolle Menschen und ich freue mich, dass ihr hier seid. Oder so. Das kann doch nicht sein. Jetzt mal ernsthaft. Ja, ich bin kurz davor, eine Runde Ryder zu spielen. Ohne Witz. Nur ganz kurz. Hier ein Tipp. Spiel einfach besser. Elias, hier ein Tipp. Nimm einen Timeout. Nee, Spaß natürlich nicht. So, Leute. Ich zeige euch jetzt mal, wie mein Ryder spielt. Natürlich ist eine Kettensäge. Junge, heute ist das Spiel so laut. Oh mein Gott! Alles klar, du umkippst! Oh mein Gott! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Meine Probleme. Alter, der Beat ballert ja böse. Jetzt halt die Klappe, muss zum Spielauftakt kommen und dann zeige ich denen, wo der Hammer hängt. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Das ist, by the way, Song Request jetzt wieder. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Die Mucke läuft nur auf einem Lautsprecher. Die sind so besoffen, dass sie nicht mehr wissen, wie man den Stereo aufnimmt. Das Einzige, was sich bei meinem Schwierigkeitsgrad geändert hat, ist, dass der gegnerische Torwart einfach einen Hack anhat. Genau, hüpft! Der ist über die Panzer gehüpft! Habt ihr das gesehen? Der ist über meine Panzer gehüpft! Das geht eigentlich gar nicht! Genau! Weg da! Es ist so frustrierend! Wer reicht sowas ein? Ich könnte heulen. Ich will keine Anime-Mucke! Bitte! Bitte! Nein! Jetzt! 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 Junge! Komm schon! Was soll das? Skö, skö! Na, wie schmeckt das? Du Hund! Ich fahr ja die Lyrics, alle! Komm schon! Ja! Ja! So rillt der Track! Easy! 3-0! 1-0! Ich wusste es! Vario in der Mitte suchen! Weggecheckt werden! Roter Panzer! Explosion! Tretminen! Überall auf dem Feld Tretminen! Feld wurde vorher nicht gereinigt! Altes Kriegsgebiet! Aus dem Grigoyanischen damals noch! Er sieht tot in der Mitte! Zack! Hoher passt in die Mitte! 3-1! Der ist es! Der ist es! Bruder, ich mach einfach den Ehrenlosen! Und jetzt wegbolzen! Hahaha! We did it, guys! Zwei Siege in Folge! Ich bin jetzt tatsächlich nur sehr ungern der Spielverderber! Aber ich bin heute noch mit Heik verabredet! Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist! Hahaha! 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 Ich bin jetzt noch mit Heik verabredet! 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 Ich bin jetzt noch mit Heik verabredet!